Hallo liebe Damen und Herren, heute möchte ich mich Ihnen vorstellen. Mein Name ist Julia und ich wohne in der Nähe von Nürnberg. Ich habe gestern eine interessante Nachricht erhalten, dass Sie auf der Suche nach einer Werbefachkraft sind. Nun, ich habe schon in der Schule gerne in der Redaktion der Schülerzeitung gearbeitet und habe auch das Layout dort erstellt. Ich kenne mich also schon ein wenig aus. Im Office-Bereich arbeite ich gerne mit Microsoft Word und PowerPoint. Auch habe ich eine eigene Homepage erstellt und ich helfe meinem Vater bei seinem Internetauftritt. Im Bereich der Bildbearbeitung kenne ich Gimp und Photoshop, aber auch noch andere kleinere Tools. Für das Bearbeiten eigener Videos nehme ich Premiere und HitFilm Express, arbeite aber auch gerne mit meinem neuen Apple-Rechner. Wie Sie sehen, habe ich schon einige Erfahrungen hinter mir und ich möchte diese in einem professionellen Team vertiefen. Für mich ist es kein Problem, auch zur Arbeitsstelle umzuziehen. Einen Führerschein habe ich noch nicht, aber ich werde diesen noch machen. Ich gehe momentan noch zur Schule, aber ich bin ab Sommer verfügbar. Ansonsten höre ich gerne Musik und kann auch selbst ein wenig Klavier spielen. Und wenn ich mich etwas abreagieren will, fahre ich gerne Rad. Vielleicht habe ich Ihr Interesse geweckt? Wenn ja, schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an julia240.at yahoo.de oder rufen Sie mich an. Die Telefonnummer ist in der Videobeschreibung. Es würde mich freuen, wenn wir gemeinsam im Team arbeiten könnten. Vielen lieben Dank und bis bald! Bistere